Hey Leute, was geht? Mal wieder seit gefühlten hundert Jahren Rocket Leach und scheiß Thema zum Ansprechen. Die Skyrim Aufnahmen futsch. Knapp zwölf Folgen, alle über eine halbe Stunde, umbearbeitet durch, samt der Festplatte. Jedes einzelne Aufnahmedetail, das ich noch hatte oder sonst was, die ganze Festplatte ist am Arsch. Finde ich jetzt nicht geil, kann man nicht ändern. Heißt, zu Skyrim werde ich noch ein Medium machen, damit auch die, die nur Skyrim verfolgen, das verstehen. Aber, ja, ist nicht so geil, Stimmung ist gerade auch nicht so. Aber, ja, das werden wir machen, man macht weiter. Ich werde Skyrim auf jeden Fall livestreamen. Und ich sag jetzt schon, jeden Sonntag ab 2 Uhr nachmittags. Wird es ein Live-Show geben, ob es jetzt vier Stunden, eine Stunde, eine halbe Stunde ist oder was auch immer. Wir zocken dann einfach Skyrim. Und, ja, ich soll jetzt mal hier ein Spiel. Ich habe seit hundert Jahren nicht mehr Rocket Leach gespielt, dann werden wir übelst ablosen. Aber, hey, es geht um den Spaß. Das Spiel ist bei mir hundertmal lauter. Und, ja, ich kann mich gar nicht aufs Sprengen konzentrieren, wenn das Spiel irgendwie zehnmal lauter ist. Aber, net gerettet. Und, ich muss da euch kurz wegen meinen Audio-Problemen... Jetzt muss ich auch genau lauter schalten. So, jetzt habt ihr auch lauter. Ja, ja. Mann, ich kann das auch nie in der Nachbearbeitung machen. Und, ja, ich war mal gut ein Rocket Leach, bin aber nun kacke. Und wenn ich kacke meine, meine ich kacke. Also, ich bin froh, wenn wir hier wirklich positiv froh... Oder wenig. Wow, fliegen habe ich auch verlernt. Aber die boxten mir ja auch alle. Die mögen mich richtig nicht. Ich merke schon. Das wäre jetzt so ein Noob-Tor von mir. Das wäre so geil. Ja, die Folge lade ich jetzt heute noch am Dienstag hoch. Wird wahrscheinlich irgendwann um... vor zehn. Ja, wahrscheinlich noch vor zehn online kommen, aber... das Noob-Bearbeitete-Folge heißt, ich habe wirklich... gar nichts dran gemacht. Weder die Audio noch sonst was. Das ist einfach direkt Dings, also... Kritik mal nicht zu hart. Danke. Hey, können wir das jetzt bitte noch in zwei Minuten gewinnen? Ja, also, wirklich zu uns geilen Aufnahmen zurück. Kotz mich übelst an. Also, ich will eigentlich nicht mehr so verdammt viele Fluchwörter in meinen Videos unterbringen, aber... ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Das ist... weder hübsch noch sonst was. Bitte mach doch mal ein Tor. Und nicht so ein Tor. Immer wenn ich sag, mach doch ein Tor, dann gibt's ein eigenes Tor, Mann. Ja, und nächsten paar Tagen, also vor allem aufs Wochenende, da wird richtig geile Let's Plays kommen. Mal gucken, ob ich was zu Stellaris Season 2 mache. Ja, 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 wer hat hier die Tore, hm, du Dreck-Snoob? Diese Wörter, ja, ich will sie nicht verwenden, aber ich verwende sie immer wieder. Und ja, auch low-Qualität. Also, wundert euch nicht, wenn ihr maximal auf HD euer hübsches Video zu Hause angucken könnt, weil... muss schnell hoch geworden werden, muss kurz die Audio bearbeiten, also wirklich. Audio bearbeite ich immer. Und schneiden, ihr wisst, wie ich's mit schneiden hab, ich hasse schneiden. Also hassen, äh, ich kann's einfach nicht. Wenn ich was schneide, ist es danach schlechter, als... wie wenn's umgeschnitten ist. Klar, Musik im Hintergrund einführen und so ein Bullshit, dann kann ich jetzt auch, aber... Ich wollte den noch abstauben. Aber egal, wir gewinnen das, ich bin happy. die, äh, zwar nicht wegen den Aufnahmen und tut mir auch nochmal verdammt leid. Aber hey, was müssen wir machen? Vielleicht ein 3 zu 0 machen? Ja, warum auch nicht? Also, ich meine, ich dachte eigentlich, ich hätte die meisten Punkte, aber... Ja, ich werde eine 10 Minuten Aufnahme, wenn wir weiter 100 Tore noch schießen, ne? Haha, egal. Ich hoffe, ihr versteht das und... Ja, wenn nicht... Entschuldigung, mehr kann ich auch nicht machen. Zaubern kann ich nicht. Mach doch mal was, Maid. Bitte, heute noch. 4, 3, 2, 1. Das ist mir noch ein Tor gewesen. Egal, passt. Ja, ich hoffe, es tut mir immer noch leid, aber ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen. Und ich versuch's ja wieder gut zu machen und es werden auch noch mehr Displays kommen. Also, von daher, bis zum nächsten Mal. Ich kann immer noch keine Verabschiedung machen. Bis zum nächsten Mal.